Guten Abend miteinander. Nach einer Reise oder nach den Ferien bringt man neben schönen Erinnerungen meistens auch noch eine Tasche voll Filme zum entwickeln mit Hause. Mehr als noch preisgünstige Fotos, nämlich brillante Bilder in garantiert natürlicher Farbe, gibt es beim GOP Fotoservice, der Ihnen in über 600 verschiedenen Verkaufsstellen zur Verfügung steht. Eine neue Leistung, die GOP Fotoservice anbieten kann, ist die sogenannte Idealkopie. Im Vergleich zur günstigen Standardkopie, die meistens angeschnitten ist, enthalten die Idealkopie 18% mehr Bilder und wird randnäher kopiert. Diese Idealkopie ist übrigens noch attraktiver geworden, weil es auf der Rückseite ein Mehrfachkleber hat, der es Ihnen erlaubt, das Bild an jede beliebige Stelle und so oft Sie wollen, hinzukleben. Das Bestellen beim GOP Fotoservice ist äusserst einfach. Namen und Adressen auf den Filmbeutel, egal welche Filmmarke, rein tun, zukleben und einwerfen. Achtet Sie aber darauf, dass Sie den Coup-Modon vorher abtrennen, denn das ist der Abholschein für Ihre Bilder. Ja, und falls Ihnen eine Aufnahme nicht gelungen sollte, dann kommen Sie vom GOP Fotoservice gratis über, und zwar mit dem Hinweis für die möglichen Fehlerquellen. Nicht zuletzt garantiert Ihnen der GOP Fotoservice eine schonende Verarbeitung. Die Fotochemikalien bleiben im geschlossenen Kreislauf und werden zur Wiederverwendung aufbereitet. Dank dieser Pionierarbeit leistet auch der GOP Fotoservice einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Also von jetzt an GOP Fotoservice als Standard oder als Idealkopie. Haben Sie sich auch schon lange auf Dachbeeren-Zeit gefreut? Jetzt ist sie da und ich möchte Ihnen gerade ein fein Rezept dazu zeigen. Dachbeeren nach dem Waschen und dem Entsteilen im Mixer pürieren. Puderzucker dazu und Quark dazu geben. Gut miteinander vermischen und zum Schluss den geschlagenen Rahmen sorgfältig darunter ziehen. Dann die Masse in eine Plastikschale füllen und im Tiefkühler ungefähr 2 Stunden anfrieren, aber nicht ganz anfrieren, damit das Erdbeerearoma schöner halten bleibt. Zum Anrichten das Erdbeereparfait in Portionen teilen und dann mit Erdbeere garnieren. Das Rezept finden Sie in der Koop-Zeitung und morgen den ganzen Tag im Teletext-Zeiten 270. So, das wäre es wieder einmal gewesen vom GOP Mittwochstudio. Und wie immer zeigen wir Ihnen jetzt noch interessante Aktionsangebote. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. GOP offeriert Ihnen einen Bund Mosrosen an 20 Stück für nur 6,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP alle Joghurt im 180g Becher, 10 Rappen günstiger. 2 Dosen Midi-Ravioli à la Napoletana statt 5,80 nur 4,60. Eine Linzer-Tourte an 450g statt 3,70 nur 3,10. 100g Aufschnitt, das sortiert, offen oder wack verpackt nur 1,10. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 2 Dosen Midi-Erbsli mit Karotten mittelfin statt 5,80. Frühherdöpfel per Kilo nur 1,60. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. ARD Text im Auftrag von Funk